Hallo, hier ist wieder Müllspann XY. Ich möchte meine dritte Runde anfangen mit Löwen. Die Städte sind alles dieselben und ab geht's. Schauen wir mal. Ich hoffe, eine ordentliche Karte, ein schlechtes Gegner-Team. Ich hoffe, ich bin oben bei den Grünen. Mit Heavys auf der Karte ist nicht so schön. Ich werde mich hierher bewegen, in die Ranch fahren. Es ist reines Achter. Keine Adi, das ist gut. Schauen wir mal, was passiert. Ich stehe euch gleich ganz günstig da. Let's go! Los! Von der Stelle kann ich ganz gut meinen Kopf einstürzen und ich kann nicht verschen. Deshalb noch aufpassen, dass ich gerne so sehr hoch fahre und hoffen, dass irgendjemand die Leute aufmacht. Was danach nicht so aussieht. HW-Card 12 kommt. Den habe ich selber, aber ich finde ihn nicht ganz so lustig. Es ist sehr schwer zu fahren, weil wir mit der Kanone die Hautverordnung nicht rein, aber genau ist was anderes. Man fordere mich, ich will dich jetzt nicht rein. Von hier kann ich mich da hoch auf den Berg wirken. So. Man kann zwar immer noch in meine Unterwanden und da Wanne reinschießen, aber ist nicht ganz so schlimm. Also nicht ganz so sehr krass. Und ich kann hier drüber wirken und da kommt schon ein erstes Opfer. Ah, Kettenschaden. Ah, ich habe rausgenommen. Das sieht gut aus. Der macht mir viel Angst. Angst nie, aber muss auch fassen. Ich habe zu schnell geteilt. Ich muss immer noch aufpassen, dass ich lange genug einziele. Na, komm schon. Naja. Unglücklich gewählt. Wenn wir mal stehen bleiben. Nehmen wir den. Oh, der kommt weg. Der kommt weg. Abprallert. Von uns auch einer weg. Wir haben noch nicht viel Schaden. Drei Abprallert haben wir schon gehabt. Auf der weg. Ja, mal gut. Ich bin auch noch nicht einmal aufgegangen. Mit der Aussicht war ich in den mittelsen Camp. Da mache ich eh die ganze Zeit schon, aber... ...Punkte machen und gewinnen. Ich habe es zwar nicht so gerade mit Huhn bekleckert, wie es aussieht. Und dann nochmal hoch. Oh. 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 Ich sag's noch, ich Idiot. Ich sag's noch. Nehmen wir das mal raus. Hier oben ist noch ein Scharfschütze. Die schießen jetzt das Haus kaputt. Aber ich will gewinnen. Die Scharfschütze. Ich habe meine eigene Deckung kaputt gefahren, nicht? Äh, das ist idiotisch. Naja... Ich hätte es jetzt nicht machen sollen, ich hätte hier hinten raus kommen sollen, aber ich hatte Angst, dass hier hinten noch einer steht. Aber ich hätte auch irgendwo hinten weiter stehen bleiben sollen. 1.100 Schaden, zwei Stück rausgenommen, mal gucken. Ja, da siehst du, dementisch. Hat mich, glaube ich, vorhin auch getroffen, genau. Da unten steht's. Niederlage, naja. Gucken wir mal an, Gefechtergebnisse. Sieht ja ganz gut aus. Immerhin 38.000. Na ja, dann bis später.